Und jetzt geht auch wieder los, die wilde Schlacht von Demeter hier, wa? Jetzt geht's los. Hardpoint-Herrschaft, jetzt müssen wir wieder die Punkte halten, ne? Also ganz einfach, oder? Mega einfach, mega super. Bis jetzt, kein Problem. Also ich merke gerade, ich hab in dem Spiel absolut keine Defizite. Ich glänze in jeder Hinsicht. Man merkt sich, meine Namen, es steht auf jeden Titan. Auf jeden Fall. Oh ja. Also ich muss jetzt schon zügeln, damit ihr auch ein paar Titans wegkriegt. Und es wird viel masturbiert, wenn du wieder einen Titan tötest, ne? Ja, auf jeden Fall. Das sieht man ja auch immer in der Cam. In der Mastocam. In der Mastocam. Ich weiß nicht, schaut irgendwer von euch regelmäßig Livestreams? Ne. Nur mein, ach. Die Mastocam ist so. Ne, da gibt's ja, es gibt ja weibliche Streamer, Streamer, die haben da so eine eigene Kittycam oder so und dann haben die eine Kamera bei ihrer Katze montiert. Ach so. Oder bei Hunden oder so. Bitte, wenn ich dann meine Brüste mache, aber das geht nicht so gut. Oh lol, was ist da los? Oh krass. Das sieht ja voll geil aus. Kämpfen wir jetzt hier draußen so, ey? Verste ich nicht. Ich auch nicht, aber... Was sagt der Herr? Ich kenn das Level gar nicht. Ich auch nicht. Ach so, wir gehen jetzt in die Potz rein. Ja, klar war das so. Wie in der Achterbahn, ein bisschen ansteigen. Das ist aber ziemlich geil. Aber wie schnell sich das bewegt, ne? Oh Leute, was machen wir? Ist aber auch irgendwie hohl, weil unten die nirgendwo drin sitzen. Also wenn jetzt die Beine wegknicken, fallen die trotzdem runter. Stimmt. Und die Landung, da bist du direkt down. Guck mal, so schlagen wir jetzt den Boden ein, ist klar, ne? Klar, wir haben ja auch kein Fallschirm. Ne, BAM! Los, komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Ich will die nicht schrauben. Leute, raus, raus, raus. Renn, renn. Ach die Map ist da. Auf nach A. Ich frag dich, aber die Smartpistole, die wollte ich nicht. Aber die Weltraum-Map ist da schon geil aus. Noch kannst du wechseln, Peter. Echt? Ja, ganz schnell. Warte, ich geh zu A, ich geh zu A. Ich geh zu... Oh fuck, da war das so jetzt. Okay, war zu spät. Manchmal geht's so, ich sag mal so, 10, 15 Sekunden danach geht's noch. Ich hab zu lange gebraucht, das war das Problem. Ja, erobert. So, B ist auch, B haben wir auch. Hier kommt gerade eine rein, von hier oben wahrscheinlich. Das soll der Pistole Zeit geben zum Zielen. Im Krieg. Gib dir Waffe Zeit. Gib dir Waffe Zeit, genau. Die muss das von alleine schaffen. Oh nein, da kommen zwei rein. Einen davon hab ich. Sehr gut. Ja, guck mal, noch drei, Alter. Was ist denn hier los? Umgemäht. Ja, noch einen gekillt. Das ist meine Waffe hier. Was hast du? Die ganz normale Karabiner. Ach so. Ich hab jetzt mal die Schröte mit dem komischen Scheiß, den du mir empholen hast. Ja, die find ich auch echt nice. Guck mal, fünf Pilotenkills hab ich jetzt mal eben. Jawohl. Baby, aha. Okay, ich wär BC. Nee. Gut. I'm on my way. Ist das immer dieselbe Gruppe, gegen die wir spielen? Nee, so random wahrscheinlich. Nee, ist glaub ich dieselbe immer. Ich glaube auch, das ist schön. Doch, ist dieselbe, ja. Guck mal, der eine, der kämmt hier irgendwo in so einem Haus. Ach, hab ich mal. Jawohl. Oh, da ist einer. Nein. Danke. War grad dummer, was er am Nachladen. Hier unten muss auch noch einer sein. Ja, hier glaub ich. In der Ecke. Nee, ist hier unten. Wenn du runter kommst, dann kommst du in der Ecke. 42%. Jawohl, Burncard wieder rufen. Was heißt das? Was heißt das? Ja, er hat eine Burncard gehabt und ich hab sie eben weggenommen, weil ich ihn gekillt hab. Das ist schön. Das freut mich immer. Ah, verstehe. Bin halt so ein Drecksack, weißt du? Ich freu mich immer. Pilotensteuerung aktiviert, das an. Haha, der war gut. Oh, die Titans. Das Assigste ist, wenn die Titans ins Gebäude reinschauen und genau die Höhe haben, dass sie genau reinlinsen. Ja. Der macht halt auch so brutal viel Schaden irgendwie. Aber hier war doch gerade irgendwo einer. Ich schwör. Okay, einen hab ich. Oh, B ist... Was war das jetzt? What the fuck? Bei mir ist ein Titan auf meinen Titan raufgesprungen. Ja, der ist draufgefallen. Ja, ich hab meinen gerade gespawnt. Fahr gleich wieder weg. Tja. Die gewonnen, ne? Ja. So zermatscht. Oh, lass schneller nach. Oh, lass schneller nach. Junge, Junge, lass schneller nach furzen. Ich hab mir letztens die Sauberg-Folge mit den, die, was du mit Polen hast, mit den I'm so irgendwas. Wo die Hamster kommen, diese... Achso, ja, die ist ja wohl heftig, oder? Und auf jeden Fall ist Dan's Vater, ist doch so geil, oder? Ja, ich hab mich selbst gestorben. Ja, ich hab mich selbst gestorben. Wie kann das sein? Wie sich selber immer aufregt, so. Oh nein! Oder wie den Bus filmt. Da von draußen nix. Da rennt extra raus. Hallo, Shelly! Hey, Shelly, sag Hi. Sag Hi, Shelly. Granaten! Oh, lass nach, lass nach, lass nach, lass nach. Oh, hast du den Quarry noch gekriegt, wo er grad da reinkam, ne? Hast du gesehen? Ja, ich hab da vorher auf den geschossen, ich hab den Assist noch bekommen. Achso, ich hab grad draußen auf die Titans geschossen und er ist einfach reingelaufen. Ich fühl mich wie Superman mit letzter Platz. Das ist das EA-Feeling, Peter. Weißt du, sieben Piloten schon ausgeschaltet, besser als jede andere Runde vorher. Oh, da ist einer. Jawohl, noch einer. Das läuft gut. Oh, und jetzt bin ich... Da war noch einer. An Besen drei Stücke. Peter, töte ihn! Hast du ihn? Und ich lade nach. Der ist rausgelaufen. Haben! Oh, der war gut. Die haben übrigens C. Das ist aber einer rausgelaufen. Ted, hast du ihn? Ja. Sehr gut. Kommt noch einer von unten? Oh, ich wollte ihm grad in die Fresse treten. Ja, ich hab ihn mit der Magom da gekillt. Mit der Wingman? Ja. Ich find die echt gut, weil die kannst du auch einigermaßen gut aus der Hüfte schießen noch. Ja, die ist relativ... Ja, ja, richtig. Das heißt, wenn du damit zielst, ne, richtig... Das ist schon relativ präzise eigentlich. Ja, dann kannst du super weit. Musst mal ausprobieren. Guck mal, wenn du irgendwo so einen Militzsoldaten siehst und schießt dann mal richtig weit, so. Ma, tötest du den jetzt noch? Oh, der hat uns beide getötet. Ah, du warst hier der Birch? Ja. Und rein da! Oh. Moment, läuft sie irgendwie. Das war jetzt auch so was. Er macht eine Melee-Attacke. Er macht eine Melee-Attacke, ja. Ich krieg die Animation genau ins Gesicht. Er tötet mich aber nicht. Ich mein, ich reg mich ja nicht nur auf, wenn's bei mir so ist. Ich find die auch andersrum kacke. Weil normalerweise, der hätte mich töten müssen damit. Ja, eigentlich schon, genau. Und genau in Space. Leute, wir brauchen unbedingt für B Hilfe. Ich bin, ich bin bei B. Ja? Ja. Da geht's grad gut ab. Oh, da ist der Nuki, der hat mich getötet. Der geht jetzt nach oben, die Treppen wieder. Wo ist er? Guck mal, wir haben, ey, das können wir jetzt nicht auf den Sitz lassen. Ich hol jetzt Alpha. Wie ist der Pettel? Ach man, Autorausstieg ist nicht mal ganz geil. Dieser Atomausstieg später ist gut. Ja, der ist auf, den solltest du... Ja, den hab ich, aber ich hab Autoausstieg. Das heißt, der geht zu früh raus, wenn das Ding in der Luft fliegt. Ja, das ist natürlich scheiße. Das war dumm. Und, äh, Peter, hol dir auch den Smog, wenn du den hast. Elektro-Smog oder so heißt der. Für den Titan? Ja. Wenn er den aktiviert, du dann mit Q und das ist das Beste. Ja, dabei... Wenn, wenn einer auf dir oben ist, killst du den instant. Oder ich renne auch gerne in gegnerische Titans rein und drück Q und wieder raus. Die, die Wolke bleibt doch länger. Und was ich auch nervig finde, draußen ist irgendwie so vom Ambiente her, Explosionen, ja? Und dadurch wackelt mein ganzes Bild so hart, dass ich überhaupt nichts treffe. Das ist halt in real life. Was, schon mal in Krieg? Geht's das? Ja, was los mit dir, Ted? Das ist Quatsch. Also, ich kann eine Explosion neben mir kompensieren. Ach, wieder einer mit so einer Hochsackladung, ne? Das sind du Spackhuss, der ganz oben irgendwo steht. Die Situation ist inakzeptabel. Wieso? Wir waren doch gut. Oder meckert der einfach, weil ein Schäf ist und meckern muss? Der muss meckern. Ja, der muss immer. Der ist ein Militärchef, der muss noch viel mehr meckern. Oh, okay. Der muss immer meckern, auch wenn du gut gemacht hast. Das hast du aber echt beschissen gut gemacht, Michael! Echt ging gar nicht, wie du die fertig gemacht hast. Wann, 30 tolle Kills, aber 40 wären auch sie gewesen. Eben. That's the military. Los geht doch da rein. Ah, jetzt. Irgendeiner schießt doch von irgendwo auf mich. Ich weiß noch nicht von wo. Ja, Sieg! 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 Verkehrte Welt. Was ist Herausforderung? Verkehrte Welt. Keine Ahnung. Ach so, das ist, wenn du mit dem Titan andere im Melee tötest, glaube ich. Ah, habe ich, habe ich. Okay. Guck mal, hier oben ist doch irgendeiner am Haus drauf. Oh, schau, wie heldenhaft. Der da oben stirbt. Ja, der wird mit dem Sprungkick weggetreten, der da oben ist. Wo sind die denn? Probieren Sie es. Okay. Okay. Wir müssen den retten. Also Piloten, ne, Peter? Ja, klar. Der ist in der Mitte bei B irgendwo drin. Was ist das jetzt? Was ist da jetzt los? Story! Alles weiß? Ja, die Story war zu krass. Unsere Gehirne konnten es nicht mehr erfassen. Oh, guck mal, jetzt hat einer geschrieben. Jetzt sterbt ihr. Aber warum sind wir gestorben? Ah, ja. Was ist da los? Wo sind wir? Oh, die Welle explodiert auf uns, schau mal. Ja, voll übel, ey. Aber gut, wir haben sie gut fertig gemacht. Boah, 17 Piloten-Kills habe ich. Ich habe acht und nur fünf Verluste. Ich brauche acht, sieben, sieben Verluste. Ich habe immer viele Verluste, also. Die Pizza ist leer, guck. Krass, hast du ganz auch vergessen? Ja, mit Dani zusammen. Ja, ja. Hatte vier Stücke da drauf. Jetzt wollen wir noch den Mund abputzen. Vier Stücke, ne, ja, ja. Jede so groß wie eine kleine Margarita, ne? Ja, genau. Oh man, ich brauche immer noch 32.850, ey. Ist doch scheiße. So wenig. Dann wissen wir, wie lange wir spielen können. Ach, geil! Hardpoint-Hash. Ja. Gemachte Männer. Uh. Ich gehe mal eben kurz pinkeln während der Pause hier. Das ist gut. Was? Ja. Und damit beende ich auch die Folge hier. Tschüss.